Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Projekt von mir, dem Landwirtschaftssimulator. Ich bin gerade allein, um das letzte Ton zu nennen, wie wir von mir den selbst veröffentlicht werden, kann von mir den Ton ausschalten. Hier macht es eine. Möchtest du eine kurze Einführung eines Videos? Ja. Okay. Steuerung. Wie geht es lieber den... Okay, das darf ich mir alles hin. Jetzt können wir vielleicht den Ton finden. Nicht? Jetzt ist es aus, als müsst ihr mich besser hören. Wir gehen hier mal raus, das schaffen wir hoffentlich irgendwie. Ach ne, wir müssen... Ich hab nicht gedacht, dass wir jetzt schon losfahren, aber... Okay, wir probieren's. Äh, ich hab keinen Plan, was ich hier gerade mache. Wir müssen natürlich jetzt das Feld mähen. Und ich weiß nicht, was man sonst noch machen soll. Ich hab nicht, keinen Plan. Ich hab das noch nicht angespielt. Oh, das lenkt so, das lenkt selber. Ja, oder so. Ja, oder so. Okay, jetzt weiß ich definitiv, wie wir lenken. Äh, okay, ich hab wahrscheinlich, wie wir lenken. Ich glaube, wir lenken sogar... Ich glaube, wir lenken sogar mit dem Handy, oder kann das sein? Wir können das natürlich alles mit dem Handy, weil ich hab noch kein PC und alles. Aber ich glaub, das ist ein Tutorial, oder bin ich... Oder... Ich weiß es nicht. Äh... Äh... Okay. Und... Und... Ich glaube, er lenkt selber. Oh, da ist jetzt wieder jetzt drin. Können wir irgendwie... Schalten ein bisschen... Okay, äh... Können wir... Können wir doch den laufen? Ah, jetzt mäht der drüben weiter, oder... Mäht der drüben nicht weiter? Doch, der mäht weiter. Jetzt rüber gehen und warten. Ja, ähm... Oder mäht er weiter. Wart. Wir kommen jetzt hier. Dann warten wir hier ein bisschen. Jetzt. Was ist denn jetzt? Warum geht denn das nicht? Doch, helf mir doch mal. Was muss ich denn hier machen? Pech. Äh... Ah, ich hab's nicht angekoppelt. Wie geht denn das überhaupt? Getreide wird von den Kippern zur Lagerung in Silos oder zum Verkauf... zu einer Verkaufsstelle gefahren. Prüfe die Preise auf dem Preisbildschirm im Menü, um das beste Angebot auszuwählen. Kann ich's ankoppeln? Ich hab gehört, ich kann's ankoppeln. Ah, jetzt! Okay. Wir denken wirklich so. Jetzt habe ich nur ein Problem. Er fährt nicht. Ah, weil es auf Null ist. Jetzt hat mir das doch... Okay. Äh... Fahr selber. Äh, okay, der fährt jetzt da lang. Ich glaube, wir lassen das jetzt alles aus vom Feld. Ich kenn mich nicht aus damit. Hoffentlich... Okay, ähm... Halten wir uns selber lenken, Dude. Halten wir uns selber lenken. Ähm... Vollgas! Machen wir uns selber hier! Das Video geht uns zu lang. Und wegen einem Thema, Dragon City... Ähm... So, jetzt ist mir... ...wird schon mal weiter. Alleine. Danke. Ich muss wissen, ob der zweite Mad... Ich weiß nicht, ob der zweite Mad... Ich weiß nicht, ob der zweite Mad... ist das ein Kupfer? Ja. Das Kupfer... Ähm... Bei einer der Verkaufsstellen verkauft oder in die Silos zwischengelagert werden. Okay. Und genau hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao! Und... Bescheidet, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Deine. Vielen Dank.